warte mal für meine schusssichere weste abholen muss jetzt irgendwo gewesen sein ja ich hab da immer die schusssichere Weste gesehen wo ist sie denn jetzt hin oder wir brauchen sie nicht das ist natürlich noch was dann kann ich natürlich jetzt wieder abhauen da ist der Treppe jetzt jetzt noch mal rein okay verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen egal ich jetzt also zum unterschlupf und vergraben erst mal mein schatz die 1912 ich dachte jetzt jetzt sind wir dieses schusssichere Weste wieder angezeichnet interessant naja ach scheiß auf die 2000 piepen immer warum bremst du da ich brauche mal eine karre die besser aus dem quark kommt denn die dreht immer mit den reifen durch ach hier sind wir noch wir fahren ja dann vorbei wie praktisch ab im keller wenigstens der steht noch kombination einmal drehen so ok dann wollen wir jetzt mal darüber fahren so dass ich so gespräch bin aber ein bisschen ich würde halt noch ein bisschen mich nimmt das alles so mit hier gerade heißt das ist so da war wir bauts down the factor streets falle jetzt noch mal hoch ne ne ja 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 ich hab's mal gekracht hohohohoho schöner pick-up schön hat aber leider in grünen ja man also straßenverkehr ist hier finde wieder was auch immer das jetzt war geht es da jetzt gleich heiß her oder wie sehe ich das das gefällt mir ganz und gar nicht vielleicht ich hätte ihn ihr könnt ihn haben wenn ich fertig bin ich greife ihn jetzt erst sie mal an was ich gefunden habe das ist meine absicht nur noch wenig munition auch das war jetzt aber knapp ich habe es nicht und die kohle ja noch mitnehmen schließlich ich sage wir versuchen es in dem bereich ja ja ich weiß was war das verdammt ich kümmere mich drum so ja genau was ist das denn ich dachte da gibt jetzt noch einen Haken da geht er gleich hoch keine munition mehr ich muss nachladen ich komme hier nicht weg war letzten vier schuss fünf da wechsel ich hier rüber ich gehe vorne weg ok dachte wir uns vorne weg gehen mach das kann ja noch nicht weit sein zurück an die arbeit leute die rate ist längst weg oh scheiße ach nee da kommt ja auch noch einer den habe ich jetzt nicht gesehen boah ich krieg bei dem spiel so die gänsehaut das macht es mega spannend das ist mega unterhaltsam das macht mega viel spaß ohne scheiß es ist einfach der wahnsinn ne echt ohne scheiß das spiel macht echt was her so jetzt aber schließlich schon abend wo steht unsere moped ok wir sind zu fuß hier würde ich sagen mal Ja, wie schon. Vito muss seine Niederlage einschätzen. Der Metro Rekord wird uns genauer anstecken. Wir brauchen alle WTO. Wir brauchen alle WTO zu langer Höhe. Und wir brauchen alle WTO. 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 Der Möbel ist abgelaufen. Was für die Hölle. Schure Schuss! ich verfüttere dich an meine stadt nicht du arschloch der schlachtet uns ab nein ich gucke mich mal um ob ich hier hinten wohin kommen aber jetzt über die alte mauer um hier sieht man wieder nichts ist alles mega dunkel so einem spiel schade ich dachte man könnte das umlaufen jetzt wird bloß mal was ich rede ich bin das ist alles aber wieder so eine platine hier Alter, bist du da mal triffst? Ich erwischt den Milchsan. Scheiße, ich sitze weg. Renn doch weg, Clay. Nein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Ey. Oh. Na, wie? Du bist gut gesichert, ey. Du bist echt gut gesichert. Für so steifend in Italia, der auf Spaghetti steht. Oh. 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 Zeig dich. Habt ihr das gehört? Was glaubst du, mit wem du dich hier anlegst? Mit Moped. Mit Moped. Oh Mann, ey. Geh doch um die Ecke rum, Clay. Die Steuerung. Ich verpasse dir noch. Nicht, wenn ich dir vorher eins verpasse mal. Ich such mir ne Decke. Ne Decke. Ne Decke. Diese Steuerung, ne? Die ist so ein bisschen gewünsbedürftig. Geil. Du bleib da hinten. Geil. Du bleib da hinten. Geil. 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 Jetzt ist er endlich angekommen. Na komm schon, Jochen. Aussehnlich, oder was? Schätze, er hat's mit der Angst. Wo hat er sich verkrochen? Sieh nach, ob er da drüben ist. Alter. Gibt's doch wohl nicht, ey. Kommt direkt auf mich zu, Weiße, und ich hab dann noch die, äh, diese Steuerung. Ich sag dir, die ist echt was besonderes. Oderbar. Und ... zhou ... Da bin ich ehrlich gesagt, dass er Krassel ist. Oder was geht. Dann wäre ich gem pracy damit. Die Schüsse kamen von da. Welches Arschloch war das? Versuchen wir's mal hier. Ja mein Gott, ich werde ihn aufstöbern. Ich hab einen entdeckt, Jung. Scheiß Kartons. Und ich will. Doch. Mir geht die Liebe an den Kragen. Ich bin festgenagelt. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade. Kohle einsammeln. So viel Blut. Seht euch all das Blut an. Ich verpiss mich. Hab einen entdeckt, Jungs. Juppie, Juppie. Gott, bitte. Lass mich nicht so sterben. Okay. Kann ich nicht machen. Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst, du Depp. Na, bin dir bei der Hand. Bist du da? Wenn er nicht mehr hehe, hab ich Halluzinationen? Jetzt kriegst du das mit mir zu tun. Gibt es noch mehr? Weg hier. Oh. Oh. Scheiße. Ich lade nach. Oh. 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 Das ist so gut. Das ist so gut. Ich werde dich hier nicht mehr sehen. Da wird mir jetzt eine angezeigt. Ich frage mich wirklich. Oh, bleibt er. Ich hab dich in die Halle laufen sehen. Oh. der Schiff der kleine Wichser vielleicht sollte ich mal da drüben Hör auf zu träumen und finde diesen Wichser an der Stelle würde ich mich auch verstecken weiß ich nicht ich komme nicht da hoch schade ich sehe nichts gegen diesen blöden Pfeiler wo ist er hin wenn er nicht mehr hier ist ich schieße was diese Geräusche wollen die sind das verspätet dann mal oh schöner schwarzer Cadillac ich komme nicht rein das ist aber doof jetzt da bin ich wahrscheinlich nach unten da hinten drin ich könnte es hören hier nicht vielleicht da drüben er ist tot verdammt so von hinten danke ich kann den Kasten immer noch nicht machen schade da ist noch ein Medipack zum nächsten Raum so dann wir zeigen festlegen mein morgens ist es härter als ihr gleich zusammen send sie mich nicht mehr die Finger hat mir die Hände ab und ich mach euch das schade kein das das Bis zum nächsten Mal.